Aber das würde ich echt mal gerne wissen, was bringt es mir, diese ganzen Fahrzeuge zu exportieren, außer dass wir dadurch ganz lange Strecken zu bewältigen haben, ganz langweilige Sachen machen hier im Spiel und ich nebenbei diese Leere irgendwie mit irgendeinem halbwegs sinnigen Kommentar füllen muss. Und was machen wir jetzt eigentlich? Wie geht das genau? Muss ich jetzt mit dem Kran das Fahrzeug anheben oder wie oder was? Oder was soll das? Wo muss ich damit hin? Kann mir das mal jemand verraten? Ich weiß es nämlich nicht. Ich versuche das mal mit dem Kran, dass ich das Auto einfach anhebe. Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Na, ich mache das einfach mal. So, wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal senken? Achso, genau, mit der Leertaste. Ach doch, das geht anscheinend doch so. Und das muss jetzt wahrscheinlich aufs Schiff, würde ich mal sagen. Ich habe das noch nie gemacht, muss ich gestehen, weil ich noch nie den Sinn darin gesehen habe. Ach, und da sehe ich schon wieder den Flammenwerfer, den ich unbedingt haben will. Deswegen gehen wir gleich mal aufs Schiff. Weil den Flammenwerfer hatten wir schon lange nicht mehr. Hatten wir überhaupt... Genau, doch, wir hatten einen Flammenwerfer, als wir zum ersten Mal nach San Fierro... Wie ging das denn nochmal? Hier, Maustaste, oder? Genau. Du hast dieses Fahrzeug erfolgreich zum Export abgeliefert, und jetzt? Was kriegen wir dafür? Kann ich mir einen Keks freuen, oder was? Öh! Öh! Bitte, 35.000 Dollar? Ja, ich glaube, wir exportieren tatsächlich ein paar Fahrzeuge. Jetzt schaue ich mir die... Das notiere ich mir aber mal eben. Das mache ich jetzt ganz live im Let's Play, weil das ja auch sauprofessionell ist. Und wir haben ja auch noch so ein bisschen Zeit. Ähm, hier, den Patrioten, den schreibe ich mir mal auf, die Sanchez. Ich könnte jetzt auch die Aufnahme kurz unterbrechen. Das Problem ist, da müsste ich auch die Outer City-Aufnahme neu starten, weil das dann ja total asynchron ist. Und dafür bin ich jetzt einfach mal geradezu faul. Ich glaube, die Stretch, das ist die Stretch-Limousine. Den Remington, den sind wir auch schon mal gefahren. Den, 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 den Felser auch. Und der CJ, der singt jetzt nebenbei. CJ, du bist so fett, geh mal aus dem Bild. Ich kann nicht sehr kennen hier. Buffalo, Bill, den, den Burrito, den wir mal fahren, oder? Ist das nicht der Buffalo? Oder Buffalo war Buffalo? Ne, Bandito war das Strand... Äh, genau, 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 okay. Okay, Sentinel ist auch so ein lahmes, normalo Familienfahrzeug, glaube ich. Infernus ist die schnellste Karri im Spiel, behaupte ich immer noch. Und Camper, ja, Camper erkennen wir auf, auf drei Malen, glaube ich. Wie viele Fahrzeuge sind das? Ja, zehn, neun. Neun, habe ich mir jetzt neun? Ach, das sieht mehr aus als nach neun. Aber, ja, ich habe tatsächlich hier was während des Let's Plays aufgeschrieben. Ja, das ist, das ist wirklich so krass, dass ich das wirklich jetzt nochmal erwähnen muss. Und da hinten sehe ich schon eine NRG im Augenwinkel, am Horizont. So gut funktioniert meine Brille dann wenigstens in-game. Out of game funktioniert meine Brille selten bescheiden. Was liegt denn da hinten? Ist das eine Kamera mit einem Weitwinkel-Objektiv? Aber da auf jeden Fall erstmal. Und dann würde ich mal sagen, wie kommen wir denn jetzt am besten? Ich werde da mal auf dem San Fierro Flughafen. Werde ich mal versuchen, ein Flugzeug aufzutreiben. Dann werden wir mal nochmal eben die letzte oder die vorletzte oder wie viele da auch noch immer kommen werden, werden wir auf dem Flugzeugfriedhof nochmal eine Mission machen. Ach so, und vorher muss ich dann auch nochmal eine schutzsichere Weste einsammeln. Hier in San Fierro kenne ich mich ja zum Glück aus. Und was mir auffällt jetzt in den letzten Parts, dass wir sehr viel mehr Freiheiten im Spiel haben. Denn vorher war das so, wir kamen in die Badlands, in diese Baumgegend, in diese Ländereien von Hogwarts. Und dann kamen wir in diese Stadt nach San Fierro. Und dann kamen wir in die Wüste und gleichzeitig auch nach Las Venturas. Und gleichzeitig können wir auch hier noch was machen. Also wir haben mehrere Baustellen im Spiel. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Und das nenne ich dann tatsächlich auch mal wirklich Open World. Aber Open World, die mir gefällt. Weil ich kann mich entscheiden, ob ich Missionen mache oder eben auch nicht. Oder eben irgendwas anderes mache. So Nebenquests will ich mal ganz vorsichtig sagen. Weil Skyrim, um nochmal Skyrim so ein bisschen abzuhaten, abzulästern darüber. Skyrim hat ja auch Open World und so weiter. Aber da regt mich das auf, dass ich dann 10.000 Nebenquests habe. Das steht ja auch extra auf der Verpackung drauf. Von wegen, ja, hat ganz, ganz viele Nebenquests. Aber ich will nicht so viele Nebenquests machen. Das nervt mich doch total. Wenn mich alle drei Meter irgendein NPC anquatscht und mir irgendwie eine Nebenquest andrehen möchte. Die dann heißt, gehe zum Alchemie-Tisch oder bringe... Huch, was ist das denn jetzt? Ne, das schaffe ich doch nie im Leben. Das kann ich nicht. Aber das machen wir mal eben. Warum doch nicht, wenn wir da gerade hier sind? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gemacht. Aber das schaffen wir doch auch gar nicht, weil ich bin ja noch nicht in der Motorradfahrschule. Und ich weiß gar nicht, wie ich an diese Ringe da oben dran komme. Da kann ich mir keinen Reim drauf machen. An die komme ich wohl dran. Aber das war es auch schon. Ähm. Ja. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht einfach dann hochfahren. Ja, ach so, ach so, ach so. Das machen wir aber. Das schaffen wir doch bestimmt. Dann will ich mal sehen, was dann passiert. Ich wusste gar nicht, dass es hier so ein witziges Minigame gab. Was man alles gar nicht weiß. Und nur, weil man mal so ein bisschen Scheiße baut. Und einfach mal so das Spiel spielt als Let's Play. Wenn man das halt normal spielt, dann bekommt man dann ja ganz viel gar nicht mit. Einfach, weil man halt normal spielt. Ist ja logisch. Da macht man ja den ganzen Krams nicht. Den ganzen Fun-Kram. Und da hinten muss ich nämlich auch nochmal hin. Deswegen fahre ich da erstmal hin. Ich weiß nicht, ob wir das in der Zeit schaffen. Wir bekommen zwar mal ganz gut Zeit gut geschrieben. Aber da vorne muss ich ziemlich präzise. Muss ich nach oben springen. Und ich weiß nicht, ob wir da nicht schon ein bisschen Motorrad-Training für brauchen eigentlich. Ne, es scheint auch so zu funktionieren. Ah, Mensch. Motorrad-Fahrstuhle wollten wir auch nochmal machen. Aber nicht jetzt. Ne, ne, da reicht der Schwung nicht. Da brauche ich mehr Schwung. Aber wenn man mal 10 Sekunden... Ah, es könnte knapp werden. Es könnte sehr knapp werden. Vor allem wenn man diese ganzen... Die sind ja echt nicht leicht. Das habe ich auch gar nicht geguckt. Ne, das war natürlich auch schlau. Ich kann da aber auch gar nicht so richtig hinschauen, merke ich gerade. Ja, super. Ja, super. Das ist ja auch... Das ist ja auch unmöglich. Das mache ich nicht. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja krank. Da muss ich erstmal in die Motorrad-Fahrstuhle, damit ich nicht bei den kleinsten Kratzer schon vom Motorrad falle. Weil das schaffe ich von der Zeit her. Obwohl, ich habe ja ein Kämpferherz. Ich mache jetzt einfach erstmal nochmal... Den kriegen wir auf jeden Fall noch, den Ring. Genau. Und dann haben wir Motorrad-Skills auf Plus, weil das ist ja echt schon krass, was wir hier jetzt machen. Und dann werde ich den auch nochmal kriegen eben. Ah, genau. Ah, das funktioniert ja doch. So, aber ich weiß nicht, ob das von der Zeit... Das ist wirklich schon sehr knapp. Und 10 Sekunden haben wir dann immer pro Ring... Na, nee, 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 nee. Da waren wir schief. Da muss ich von einem anderen Winkel aus da hinfahren. Und das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir auf keinen Fall. So. Okay. Wie kriege ich den denn da? Das ist so... So absurd ist das. Da komme ich ja gar nicht so hoch. Ah, da, 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 da. Ja, 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 ja. Den kriegen wir, den kriegen wir, den letzten. Das ist wieder so eine, so eine, so eine letzte Sekunde Sache. So, muss ich von diesem, muss ich so ein bisschen antäuschen von der Seite. Ja, 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 ja. Ja, und was kriegen wir dafür außer Mission erfüllt? Kriege ich dafür vielleicht auch mal Geld? Irgendwas, bitte? Oh. Ja, das war aber spannend. Das war spannender, als es hätte sein müssen. Oh, nee. Jetzt muss ich erst mal die Kamera... Ich hatte nämlich meine Maus plötzlich auch ganz komisch, weil ich dann immer von dem Winkel her... So, wo war denn jetzt die... Genau, hier war die schutzsichere Weste. Ach, so Mensch. Aber da kann man ja auch mal mitfiebern. Ich habe jetzt selber... Ich hatte richtig Adrenalin im Blut. Ich habe das nämlich gerade schon wieder... Da habe ich, glaube ich, auch bestimmt gar nicht mehr auf meinen Kommentar oder so geachtet. Aber das ist ja auch nicht weiter wichtig. Man muss ja auch nicht ständig auf seinen Kommentar achten. Und ich glaube, viel mehr, als dass wir noch da eben zum Flugzeugfriedhof fahren, werden wir auch gar nicht mehr schaffen, weil dann nämlich schon der Part endet. Vielleicht machen wir noch mal... Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir noch mal eben Rennen, damit das auch zeitlich irgendwie doch so hinhaut. Weil ich muss ja keine extra kurze Folge machen, wenn es keine extra kurze Folge sein muss, weil ich eine extra längere Folge, eine extra normalere Folge machen könnte. Weil wir eben hier auch noch mal ein Rennen fahren. Und meine Hände zittern. Das ist ja fast wie bei Super Mario World. Zwar nicht ganz so extrem, weil da hatte ich ja nämlich auch, als ich den No-Death-Run gemacht hatte von No... Von No Super Mario World. Ganz genau. Von Super Mario World. Da hatte ich nämlich auch so viel Adrenalin bei... Bei der Bowser-Welt, weil ich ja noch nicht gestorben war, weil ich dachte... Ach, Mensch! Weil ich dachte, ach, Mensch, hier steht ja eine Limo rum. Da bringe ich doch die Limo, die Stretch. Ne, das ist doch hier auch. Das steht doch als Stretch, genau. Ja, Mensch, dann mache ich ja auch keinen Schaden. Ich glaube, dann reduziert sich bestimmt der Preis, der Gewinn, den wir erzielen können. Aber ich dachte, wir bekommen dafür nur lausige... Weiß ich nicht, nur lausige 5.000 Dollar oder so. Aber dass wir tatsächlich fünfstellige Beträge bekommen für ein exportiertes Fahrzeug, das hätte ich mir ja meinen kühnsten Träumen nicht träumen lassen. Da würde ich ja auch direkt zum Autodieb werden. Wenn ich einmal ein guter Dieb wäre, gut zu Fuß wäre, Auto fahren könnte, also wenn da ganz viele, wenn Weihnachten und Ostern aufeinandertreffen würden, dann würde ich tatsächlich diesen Job hier machen. Aber so bleibt mehr für den Karl übrig. So, und dann parken wir auch mal ganz fachgerecht hier irgendwo, zum Beispiel hier. Und dann werden wir nochmal, ich weiß nicht, vielleicht erhöht sich dann ja auch... Und dann haben wir schon über 200.000 Dollar, obwohl wir im Casino gespielt haben, diese Aufnahmesession. Das ist ja auch nicht mehr feierlich. Und da steht schon wieder ein Lammenwerfer bereit, der mich anlacht, aber den werde ich mir dann nicht holen, weil zu viel des Guten ist zu viel des Guten. Das ist eine Weisheit, die habe ich jetzt gerade... Wo ist denn jetzt die Stretchlimo? Ach so, ich dachte gerade... Der Kran stand doch ganz woanders, der stand doch quasi daneben. Warum musste ich erstmal meinen weit zurückfahren? Das ist doch auch nicht normal. So. Ach Mensch, das ist doch schön. Da exportiere ich doch fast dann doch wieder gerne, wobei ich dann nicht mehr weiß, was ich mit dem ganzen Geld machen soll. Ich kann mir natürlich alle Immobilien kaufen, aber da bleibt doch trotzdem noch ganz viel Geld über. Also Geldprobleme werden wir nicht mehr haben. Also wenn der Bruder aus dem Knast kommt, sind wir Millionär. Das kann er sich aber denken. So. Wir haben auch keinerlei Schaden am Fahrzeug angerichtet. Ich weiß natürlich nicht, ob Schaden überhaupt gezählt wird. Und jetzt steigt tatsächlich... Ich wollte das nämlich genau wissen. Wir bekommen also immer 5.000 Dollar mehr pro exportiertem Fahrzeug. Das ist echt wahrlich nicht schlecht. So. Wenn ich jetzt wahrscheinlich wieder auf die Maschine da steige, startet die Mission nochmal. Habe ich eigentlich nicht vor, die nochmal zu machen. Da ist aber ein Gabelstapler, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Und das Head geht schon wieder gefährlich zurück. Aber wir werden trotzdem, wie ich schon sagte, wir werden kurz zum Airport fahren. Und dann werden wir... Also wir werden doch kein Rennen machen, denn das Rennen, dann kann ich wieder gleich eine neue Folge beginnen. Denn das Rennen dauert ja durchaus mal nochmal 2, 3 Minuten, wenn ich dann nochmal zum Flugzeugfriedhof fahre oder fliege. Weil das mache ich einfach mal deswegen. Ich könnte natürlich auch hier abspeichern. Aber wir wollen natürlich in der nächsten Aufnahmesession direkt was beginnen, direkt was machen. Und ich will ja nicht mit einer Aufnahme... Ich will ja auch nicht mit einer Aufnahme beginnen, wo wir erstmal irgendwo hinfliegen müssen oder so. Und dann erstmal einige Minuten verschwenden, die erstmal langweilig sind. Das soll ja alles spannend beginnen, ineinander nahtlos übergehen. Vor allem wollen wir ja dieses Let's Play... Ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert, weil ich habe tatsächlich so ein bisschen Bauchschmerzen damit, dass ich neben Sandsworld 3, neben dem Together mit dem Arcus, wenn es denn jetzt läuft, das hängt ja davon ab, ob das Headset von Arcus schon angekommen ist oder nicht. Und davon hängt das ja maßgeblich ab. Und davon, ob ich schon aufnehmen kann oder nicht. Wenn ich das Spiel nicht aufnehmen kann, werde ich mir vielleicht ein paar Computerteile neu kaufen. Ich habe ja ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht dafür. Aber manchmal muss man auch ein bisschen Geld ausgeben. Wenn ich dann aufnehmen kann, dann gebe ich dieses Geld auch gerne aus. Aber darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen. Es geht um meine Bauchschmerzen damit, dass ich zwei Open-World-GTA-ähnliche Spiele gleichzeitig spiele. Das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich dann ein bisschen arg vom Genre eingeschränkt bin. Das wird vielleicht auch den... Wieso? Ich habe... Da will er mir meinen Pilotenschein streitig machen. Hallo? Ich habe in jeder Mission eine Goldmedaille bekommen. Ich bin wahrscheinlich ein weitaus besserer Pilot als jeder hier. Frechheit. Vor allem, das muss man sich auch mal vorstellen, im echten Leben, dass man einfach einen Pilotenschein hat und dann kann man auf dem Flugzeug... Flugzeugfriedhof, ganz genau, da kann man zu einem Airport fahren und dann kann man einfach eine Maschine besteigen und als Privatjet nutzen. Das ist natürlich auch im echten Leben so. Das kann man sich ja... Oh, da ist der Schamal. Ich glaube, so heißt der Flieger. Da ist noch ein zweiter Schamal. Und mit dem Passagierflugzeug, mit dem können wir auch ziemlich cool fliegen. Ziemlich schnell auch eigentlich. Auch wenn der Schamal gar nicht so aussieht. Ich hoffe, der heißt auch Schamal. Nicht, dass ich mich jetzt hier gerade blamiere, weil er Schamal heißt. Hey, ich habe hier voll Fachwissen und so weiter. Habe ich jetzt ausgeklappt oder eingeklappt, die Räder? Ne, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich sie... Jetzt habe ich sie, glaube ich, eingeklappt, wenn ich das richtig sehe. Man ist schon ziemlich schnell. Und ihr seht ja, ihr merkt ja schon, selbst wenn ihr GTA San Andreas noch nie gespielt habt, gerade in den letzten Folgen und so weiter. Wir haben schon viele verschiedene Flugzeugtypen geflogen und so weiter. Und wenn man das vergleicht mit GTA 4, da sind wirklich nur Helikopter. Da sind zwei oder drei verschiedene Helikoptertypen und das ist alles. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Rockstar, da habt ihr echt gefailt, weil einfach so ein Feature, was die Leute gut angenommen haben, was die Leute cool fanden, das einfach zu entfernen, weil 11. September, weil Spielwelt zu klein oder so, das ist wirklich lahm. Deswegen, was ist denn hier passiert? Warum ist denn hier alles, als wenn da Raketen eingeschlagen hätten? Oh, 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 ich kann nicht landen. Das reicht nicht. Der Bremsweg, ja, das kennt man ja vom Flughafen, wenn der Pilot zu dämlich ist, wirklich richtig zu landen, der muss dann einfach nochmal eine Kehrtwende fliegen. Das kennt man ja, ne? Das kennt man ja wirklich. Bevor ich da irgendwie andatsch und mir den Schamal kaputt mache, dann lande ich doch lieber seitlich. Das ist doch cool, ne? Das ist doch... Nee, eigentlich will ich nicht seitlich landen, denn dann muss ich so einen weiten Weg laufen. Das muss ja natürlich auch wieder nicht sein. Deswegen fliegen wir nochmal so ein bisschen durch den Canyon. Das ist natürlich auch lustig. Das kann man ja auch mal zwischendurch machen. Wobei... Uiuiuiuiui. Das steht aber ganz gefährlich mal an. So, jetzt muss ich aber wirklich... Jetzt muss ich nach unten. Ich habe ja keine Zeit mehr. Ich muss ja jetzt die Aufnahme beenden. Ich muss ja aber noch wohin. Ich muss ja wirklich noch wohin. Ich muss eigentlich nirgends hin, aber ich kann das sowieso sagen, weil dann hört sich das an, als müsste ich wohin. Ich habe ja wirklich keine Zeit, um hier zu let's playen und so weiter. Also, jetzt muss ich noch nicht mehr.